Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf YouTube. House of Snacks ist endlich wieder da. Ja, es war eine längere Pause, die war auch eigentlich nicht so eingeplant. Das tut mir auch wirklich vom Herzen leid. Das war nicht meine Absicht, euch so lange warten zu lassen. Aber manchmal spielt das Leben doch anders, als man plant. Und in diesem Fall war es wirklich sehr, sehr viel auf dem Mal. Es wurde unfassbar viel renoviert hier im Haus. Ich habe ja ein sehr altes Haus hier von meiner Familie, mit meiner Familie. Und da waren wochenlang Handwerker. Dementsprechend war die Geräuschkulisse sowas von extrem. Und man hat auch einfach dann keine Lust zu filmen. Ich sage euch, wie es ist. Und ich habe viel gebastelt. Ich habe vieles gebaut. Ich habe das ganze Haus gefühlt hier teilweise umgeräumt. Und einiges auch für euch mit gefilmt. Also da könnt ihr euch demnächst auch auf viele neue, coole Projekte freuen. Da jetzt aber mal einen Cut drunter. Denn in diesem Video soll es ein bestimmtes Thema haben. Und das ist nicht Umbau. Genauer gesagt, irgendwie doch ein bisschen Umbau. Also eigentlich war das eine ganz gute Überleitung, auch wenn ich es nicht so ganz gut rübergebracht habe. Und zwar richten wir heute ein Terrarium ein, neu ein. Ein bestehendes Terrarium von meiner gefleckten Klapperschlange Skittles, also die Crotalus pyrus. Und wenn man so eine Weile ein Terrarium im Betrieb hat, eine Weile ein Tier dort drin hat, kann es immer mal sein, dass Pflanzen nicht mehr ganz so lebendig ausschauen. Dass man vielleicht neue Deko-Elemente mal einsetzen möchte. Vielleicht neue Wasserschalen und keine Ahnung was. In diesem Fall war es unter anderem auch eine neue Rückwand, die ich selber gebastelt habe. Also ja, und das möchte ich euch heute einfach mal so ein kleines bisschen zeigen. Und zwar lasse ich mich da immer so ein bisschen vom natürlichen Habitat des Tieres inspirieren. Das soll so naturnah wie möglich sein, ohne dass ich jetzt gezielt Pflanzen aus der Gegend kaufe, weil dafür ist mein Daumen einfach nicht grün genug. Ich sage es euch, wie es ist. Aber das soll jetzt nicht irgendwie zum Problem werden. Ich habe mich trotzdem sehr am Habitat orientiert und versuche das Ganze so ein bisschen fresh einzurichten. Das heißt, wir starten heute mit einer neuen Reihe. Das sogenannte Terrarium Makeover. Ein oder zwei Firmen haben da auch ein bisschen mitgesponsert. Das würde ich euch aber jeweils dann auch immer nochmal explizit erwähnen, kennzeichnen, wie auch immer. Ich kann euch auch in der Video Caption unten so ein paar Artikelprodukte, wie auch immer, verlinken. Falls ihr irgendwas davon cool findet, selber verwenden wollt, nachbasteln wollt, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal das natürliche Habitat des Tieres erstmal an, oder? Die Natur hat ja für alles bekanntlich eine Lösung und viele Tiere sind auch sehr, sehr bunt oder außergewöhnlich gefärbt. So, die Cotalus Pyrrus, ich habe ja jetzt die weiße Lokalform, ist jetzt natürlich nicht super bunt. Aber ich finde diese weiße Färbung wirklich irgendwie schon, ja, außergewöhnlich. Das hat man nicht bei vielen Arten, das sieht man nicht allzu oft. Das ist kein Designermorph aus Menschenhand herbeigezüchtet, sondern die kommen genau so in der Natur vor. Weil sie eben, wie ihr gesehen habt, einfach an die Umgebung angepasst sind. Also diese weiße Grundfärbung, gräuliche Grundfärbung der Tiere, die hat Sinn. Die Umgebung, die Steine sind in ähnlichen Tönen gehalten, die sind relativ grau. Natürlich gibt es da auch andersfarbige Steine und Gebirgsformationen, keine Frage. Aber genau in diesem Herkunftsgebiet sind die doch eher Richtung weiß, grau, wie auch immer, sehr hell gefärbt. Damit sich die Tiere dort auch bestmöglich tarnen und verstecken können. Und genau das wollte ich so ein kleines bisschen, ja, mit einbringen. Zum einen ein bisschen Kontrast im Becken haben, dass man das Tier natürlich auch sieht und was davon hat. Zum anderen, dass es natürlicher wird. Auch die Vegetation habe ich mir ein bisschen angeguckt. Dort gibt es ganz, ganz viele Kakteen. Und dementsprechend habe ich die auch so ein bisschen versucht mit einzubasteln. Mehr dazu zeige ich euch natürlich ganz ausführlich noch hier in diesem Video. Und sandiger Bodengrund war mir wichtig, aber eben auch viel mit Stein. Das ist eine steinige Gegend. Da gibt es jetzt nicht viel Freifläche. Die Tiere klettern dort auch recht viel. All das wollte ich so ein bisschen mit einbringen in dieses Terrarium. Es war vorher gerade Vollkatastrophe, aber ja, es gefällt mir jetzt deutlich besser. Also schaut gerne bis zum Ende des Videos, um auch das Endergebnis zu sehen. Ja, und dann geht es auch direkt los mit der Gestaltung bzw. Umgestaltung des Terrariums. Ich nutze für dieses Tier aktuell ein Exoterra-Terrarium. Das passt sehr, sehr gut, auch für die Nachtabsenkung. Hier seht ihr sie auch nochmal in Nahaufnahme. Ja, und hier sehen wir das aktuelle Stück. Ihr seht, es ist keine Vollkatastrophe jetzt, aber es geht deutlich besser. Einiges kann man besser einrichten, neu einrichten. Und dafür habe ich mir erstmal eine Kiste mit neuen Dekoobjekten geschnappt und auch neue Pflanzen ziehen ein. Es soll so natürlich wie möglich einfach irgendwie aussehen. Das Exoterra-System hat ja dieses doppelte Schließsystem. Das habe ich also erstmal geöffnet und eine weitere Box vorbereitet, denn es handelt sich ja um eine Klapperschlange, also um eine Giftschlange. Und dementsprechend muss ich die natürlich zwischenparken sicher, damit ich auch im Terrarium arbeiten kann. Hier seht ihr sie auch nochmal in voller Pracht. Das ist wirklich ein wunderschönes Tier. Sie fand die Situation in der Box überhaupt nicht cool, aber da muss ich jetzt erstmal durch. Angefangen habe ich mit diesen, ja, nicht mehr so lebendigen Pflanzen. Und dann habe ich alte Deko erstmal rausgeräumt, damit ich Platz habe zum Arbeiten. Das ist eigentlich eine Futterschale von Exoterra. Ich nehme sie aber gerne als Wasserschale, weil sie nicht so hoch ist. Und diesen künstlichen Büffelschädel, den finde ich unfassbar cool und passend. Das ist die angekündigte Rückwand, die ich gebastelt habe. Das ist die originale Exoterra-Rückwand. Die habe ich nur mit Fliesenkleber, Bodengrund und ein bisschen Styropor aufgepimpt. So sah sie quasi dann vorher aus. Mögliche Hintergrundgeräusche bitte ignorieren, das ist mein Hund. Besonders cool in den Exoterra-Terrarien ist eben, dass man den Deckel auch rausholen kann. So kann man super alles sortieren und ausräumen im Becken. Ich habe dann noch Kotreste rausgesammelt mit Schaufel in diesem Fall, damit ich mir keinen Giftzahn in die Finger stecke. Dann habe ich neue Steine geholt. Das ist der Bodengrund. Ihr seht schon, alles schön, ja, in Grau- und Weißtönen. Den Stone Desert Sand habe ich hier benutzt. Den liebe ich sehr. Den gibt es in drei verschiedenen Tönen. Und dann habe ich erstmal die alte Rückwand hier rausgefriemelt. Das war gar nicht so einfach. Und noch schwieriger war es, die neue einzubauen, ohne sie zu zerstören dabei. Eingeklebt habe ich sie nicht, denn die sitzt sowas von bombenfest. Die kriege ich wahrscheinlich nie wieder da raus. Also habe ich noch ein bisschen frischen Bodengrund mit zugefügt. Neue Äste rein. Ein paar Steine. Habe hier so eine kleine Höhle für sie gebaut. Die ist auch sehr fest. Und dann habe ich erstmal Staub und Dreck entfernt. Besonders vom Deckel. Das ist so ein kleiner Staubfänger. Auch ausgespült habe ich die Wasserschale. So sieht die dann quasi schon wieder aus wie neu. Da diese Art sehr, sehr gerne klettert, habe ich noch ein paar Äste mit zugefügt. Und dann gab es auch schon die ersten Pflanzen. Ich habe diese ollen Strohblüten da oben erstmal abgemacht. Die finde ich so hässlich und natürlich. Ich lasse die Pflanzen gerne in den Töpfen und verstecke die dann so ein bisschen und verstärke das Ganze mit Stein und Bodengrund. Also man sieht jetzt kaum noch, dass da wirklich Plastiktöpfe drum sind. Ich nutze auch immer wirklich echte Kakteen mit recht langen, großen Stacheln. Denn die Tiere verletzen sich dort überhaupt nicht. Die sind das ja aus der Natur gewohnt. Und trockene Gräser dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da habe ich dann auch noch was mit eingesetzt. Genau wie größere Steine. Denn wenn wir eins brauchen in diesem Terrarium, dann Steine. Auch der Exoterra Büffelschädel, der künstliche, kam wieder mit rein. Den liebe ich optisch wirklich total. Und dann habe ich noch so trockenes Moosflechtel eingesetzt. Sieht ganz cool aus. Frisches Wasser darf nicht fehlen. Und dann gibt es natürlich auch für euch das Endergebnis jetzt zum Schluss. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Die neue Rückwand, die macht unfassbar viel her, wie ich finde. Und allgemein wirkt es relativ natürlich. Hier seht ihr nochmal so ein paar Spots. Die Pflanzen, das trockene Gras, die Höhlen und Steine, die ich alle so eingesetzt habe. Und auch der Büffelschädel nochmal. Also ich finde, das passt einfach zum Habitat. Danach durfte sie auch sofort wieder einziehen. Das ist aktuell ein 90x45x45 Exoterra. Also mehr als genug Platz für dieses Tierchen. Das ist ja noch recht jung. Und die sitzt auch einzeln, nicht paarweise. Dementsprechend sollte das erstmal so klappen. Ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr natürlich aus. Ich bin absolut happy, wie es geworden ist. Das war's mit dem ersten Makeover. Part 1 hier mit Skittles, meiner gefleckten Klapperschlange. Ich habe eine neue Rückwand eingebaut, das ganze Becken auf den Kopf gestellt. Ihr wart mit dabei. Und ich denke, es ist eigentlich ganz gut gelungen. Mir gefällt es jedenfalls sehr. Es ist ja auch noch ein junges Tier. Und schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ob ihr noch Fragen habt oder Anregungen oder keine Ahnung. Lasst es mich wissen. Ich schaue auch immer regelmäßig rein. Versuche alles zu beantworten. Ansonsten schaue ich, dass ich jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger Videos für euch vorbereite. und wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag, Restwoche, Wochenende, wann auch immer ihr dieses Video seht. Bis bald!